Hallo, das ist so kalt, wa? Sie haben sich so versteckt hinten. Und wie läuft denn so Ihr Weihnachtsgeschäft? Ganz gut. Ja, leider heute ist der letzte Tag. Also schauen Sie bei YouTube an, da sehen Sie Ihr Stand, ok? Ok, danke. Manuel Augusto. Einfach bei YouTube, Sie werden schon alles sehen. Alles klar. Von Eilenburg bis hier. Dankeschön. Und seit wann bleiben Sie so dieses Geschäft? Die ist seit 1997. Machen Sie es selber? Wir machen alles selber. Alles selber, ok. Und Sie sind von? Von Leipzig. Von Leipzig, ok. Und heute zu Gast, oder seit Sonnabend, Freitag, ok. Und heute ist der letzte Tag, ja? Ja, genau. Und viele verkauft? Ja. Ja, schön. Das freut mich. Und wie heißt es da überhaupt allgemein? Das ist das Holzkunststübchen. Aha. Und in Leipzig, wo genau? In Auenblick 18, in Buckhausen, Leipzig. Buckhausen, Buckhausen, das ist das Löwenzentr, die Ecke dort, Rückmaßdorf, ja? Ja, Rückmaßdorf, genau. Ok, super. Dankeschön und Frau Weihnacht, ja? Dankeschön. Tschüss. Morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.